Sicher auch mit der Wertung 9,837. Das ist eine erfahrene Turnerin, Yang Bo aus Zhejiang, aus China. Besitzt die Erfahrungen der Weltmeisterschaften seit 89 und war Weltcup-Siegerin 90 am Balken. Zuletzt neunte beim Sprung in Paris im Frühjahr dieses Jahres. Und China will unbedingt Rang 4, mindestens. Das traut man hier diesen Chinesinnen zu, aber mehr wohl nicht. Yang Bo jedenfalls ist eine ihrer stabilsten und ein sicherer Sprung, ein Handstützsprung-Überschlag mit Bücken und Strecken und Halberdrehung in der zweiten Flugphase.